So, schönen guten Morgen. Es ist Samstag, der 30. Oktober 2010. Wir befinden uns an der Stempelstelle 112, Liebesbank. Recht unschwieriger Weg. Die Aussicht ist ganz nett. Liebesbank, hier gibt es auch einen Weg, so einen Rundweg, wo man auch ein paar Specialstempel bekommen kann. Die haben hier offensichtlich eine eigene Stempelei angezettelt. So, das ist hier ganz schick angelegt. Wir gehen hier jetzt einfach mal hoch. Diese Bänke sind also hier rings um diesen Rundweg verteilt. Die anderen sehen noch ein bisschen hübscher aus. Das sind dann so Herz-Sitz-Flächen. Ja.